So, das ist jetzt das letzte Rennen. Ich bin auch schon ordentlich überletzt, ich hatte schon gleich halb sieben. Aber heute war es echt kein Spaziergang mit den Jungs, das ist jetzt das Rennen Nummer 10. Von 10 Rennen habe ich gerade mal einen Sieg nach Hause gebracht. Und jetzt schießen wir uns wieder fast gegenseitig ab. Hinter mir ist Herbis Seventy Light. Der Typ hat glaube ich schon 3 oder 4 Rennen jetzt gewonnen. Und vor mir ist Dragon Slayer, der hat noch keinen eingebauten heute. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn jetzt gleich, noch wenn ich an ihn ankomme, abschießen kann. Also nicht abschießen, also gepflegt überholen. Wieso kann der eigentlich immer oder andere teilweise auf der Geraden so schnell sein? Das hatte ich bei L.L.River glaube ich, da fährt man 400 Sachen, um auf die 400 zu kommen, ballert dann mal eben einer mir vorbei. So wie eine Ampel, als würde ich stehen bleiben und der fährt. Kann doch nicht sein. Wehe, jetzt gibt es wieder Cut Corner, aber gibt es trotzdem nicht. Können Sie die abschaffen, diese Cut Corner. Das ist doch keine Absprache. Überraschaffen, dass jeder Stück ist. Jetzt fühlen wir mit einer Räder in der Luft als auf der Strecke. Jetzt. Dreh'n wir den Schieß. Bumm. Da gehen echt die Lampen an! Uiuiui. So. Noch eine Runde und dann bringen wir das Baby nach Hause. Scheiße, 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 Scheiße. Mhm. Da fällt irgendwie Windschatten, ne? Ja. Mhm. Ja. Das ist cool, Schqiuss. Das ist jetzt echt eine reine Ego-Sache, dass ich hier bis halb sieben noch sitze, aber ich muss dieses, also ich muss noch ein Sieg nach Hause bringen. Das geht uns nicht. Vielleicht soll ich einfach aufhören zu quatschen. So, ihr seht was ich tue, also drückt jetzt bitte einfach die Daumen und... ... Das war's. Das war's. Das war's. Da fliegt man entlaubt das Getriebe gleich um die Ohren. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.